Ich hoffe, jetzt klappt es. Das ist mit dem Hin- und Herschalten. Die Anzeigen werden entsprechend umkonfiguriert. Da muss man im Moment wieder einsteigen in den Modus, den man kennt. Ja, ich hatte letzten Termin einiges zu dem Zugang der geschichtlichen Entwicklung gesagt. Ich hatte einige Punkte hervorgehoben. Die Gründung von Klöstern und von Universitäten als einen Zeitraum, der für das Lehren und Lernen im mitteleuropäischen Raum von entscheidender Bedeutung war. Vielleicht eine kleine Korrektur zu dem, was ich letztes Mal gesagt habe, was die ältesten Universitäten angeht. Ich hatte Bologna genannt, weil das so gut passt. Es gab in Italien ein paar Mal vorher schon eine Universität, die so ein bisschen auch als Vorläufer verstanden werden kann. Und es gab eine Universität im arabischen Raum. Also insofern, es gibt eine Vorgeschichte auch dazu. Dennoch ist Bologna, denke ich, eine der wichtigen Institutionen, die in der Zeit entstanden ist. Und die ja bis heute, und damit hatte ich versucht, den Verbindungszweig zur Gegenwart auch zu verdeutlichen, bis heute ist ja der Begriff Bologna von besonderer Bedeutung auch für Sie in Ihrem Studium. Ich habe versucht, über diese Geschichte einige Punkte hervorzuheben, die bis heute von Bedeutung sind. Und dazu angemerkt, dass es in vielfacher Weise für den mitteleuropäischen und auch den deutschsprachigen Raum gilt. Und das gilt vor allen Dingen für die Entwicklung sowohl des Handwerks in Deutschland und damit der beruflichen Organisation der Bildung, die eben nicht nur sozusagen aus sachrationellen Begründungen entstanden ist, sondern auch aus Aspekten, die mit der Funktion der Rolle der beruflich Gebildeten und dann beruflich Tätigen in der Gesellschaft hat. Und das ist eben eine Nachwirkung, die wir bis heute in Deutschland erleben, dass wir diese starke Relevanz der beruflichen Orientierung der Menschen und auch der intensiven beruflichen Bildung samt beruflicher Sozialisation und Bildung einer beruflichen Identität haben. Und ein gewisses Pendant kann man, wenn man jetzt die Spur der Universitätsentwicklung aufgreift, auch für die Wissenschaftsdisziplin annehmen oder zumindest könnte man da anhand dieser Richtung erörtern, warum die disziplinäre Gliederung des Wissenschaftssystems bis heute eine so strenge Abgrenzung mit sich bringt. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Entwicklungen, die in der Zeit sich stark fortgesetzt haben, noch gebildet haben, bis heute fortwirkt, wie wir lernen und lernen, wie wir abgrenzen, wie wir einführen in ganz bestimmte Prozesse. Ich versuche also das, was jetzt sozusagen eine lange Schicht ist, auf ganz bestimmte Punkte immer noch wieder auch auszurichten und war ja das letzte Mal bis zum Einstieg in das 20. Jahrhundert gelangt. Und da würde ich den Faden gerne wieder aufnehmen, also Industrialisierung und damit auch die Veränderung aus dem auch stärker handwerklich geprägten und über Manufakturen und Verlage geprägten System auch der Produktion in Richtung einer industrialisierten und auch industriellen Produktionen beruhenden Wirtschaft. Ich hatte die Abbildung von VST noch gezeigt, also diese dann schon Entwicklung auch sowohl des Niedergangs des primären Sektors, was die Anzahl der Menschen, die in Landwirtschaft oder Bergbau oder Fischerei tätig waren, angeht, das Aufkommen des produzierenden Sektors und dann auch schließlich das Aufkommen des Dienstleistungssektors oder des tertiären Sektors. Da knüpfe ich jetzt wieder an. Ich hatte hingewiesen auf Fredrick Winslow-Taylor und auch Henry Ford, die beiden Namen, die verbunden sind mit einerseits der Zergliederung der Arbeit, auch der wissenschaftlich begründeten Organisation von Arbeit und der Fließfertigung als ein wesentliches Konzept der Massenproduktion, weil wir eben zunehmend auch durch die Gesellschaften eine größere Anzahl an Konsumenten haben, die tatsächlich, da sie ihre Arbeitskraft verkauften, so möglich oder auf jeden Fall notwendig auch konsumierten, eben Güter erworben und letztendlich auch in gewisser Weise ein Eigentum bildeten. Hier ist also dieser Übergang, der sich dann wiederum auch in der Berufsbildung und das ist ja so mein Referenzbereich auswirkte. Und ich steige hier wieder ein im 20. Jahrhundert und nenne neben im Teller und Ford auch noch für die Berufsbildung so eine Größe. Georg Kerschensteiner, der als auch Begründer der beruflichen Schule, der Fortbildungsschule gilt in Deutschland. Und sicherlich ein auch wichtiger Reformer, auch ein Modernisierer, aber auch ein Mensch in seiner Zeit. Und das, was ich gleich so erläuternd kommentiere zu Kerschensteiner, zeigt, dass es doch in vielfacher Weise auch mit diesem Übergang ins 20. Jahrhundert verbunden war. Zunächst mal war eine Veränderung, dass die vorher über die Handwerke betriebene Lehrlingsausbildung Lehrlingsausbildung für vor allen Dingen den Bedarf im industriellen Bereich nicht mehr ausreichte und deswegen eine Öffnung erfolgte, sodass es nicht mit der Befehlungsnachweis des Handwerks erforderlich war, sondern andere Bestätigungen ausreichten und damit die Lehrlingsausbildung in einen neuen Rahmen gesetzt wurde. Ich greife übrigens wieder auf die Materialien aus den Visubarbänden zurück. Darauf hatte ich ja schon hingewiesen, dass die da so eine Art Fundus auch beiträgen sind. Hier in diesen neu organisierten Arten der Ausbildung wurden die jungen Arbeiter oder Lehrlinge einem Arbeiter zur Hilfeleistung beigegeben und haben dann jahrelang einfach als Helfer oder als Handlanger dort mitgewirkt, bis sie eben möglicherweise auch Arbeiten übernehmen konnten und höchstens durch Zufall oder durch Gewohnheit dann auch sehr typische, und hier wird geschrieben, berufstypische Handgriffe erwerben können. Also nicht mehr in dieser systematischen Einführung, die im Handwerk eigentlich Tradition hatte, sondern in einer eher an die industrielle Organisation angepassten Weise. Das führte zu einer gewissen Problematik, die auch von Pädagogen kritisiert wurde, wie Karl Bücher, der hier zitiert wird mit einer Aussage und dem Hinweis, dass ein Problem entsteht, weil der Lehrherr sich gegenüber dem Lehrling nicht als Lehrer fühlt, der die Pflicht hat, den Knaben sorgsam auszubilden, sondern als Arbeitgeber, der die jugendliche Kraft zu verwerten, trachtet. Wie ich jetzt in den Kommentaren zu den vorhergehenden Zeiten gesagt habe, war das auch im Handwerk nicht so der reine Altruismus, aber es ist hier im industriellen Rahmen also ganz stark dann die weitere Entwicklung, dass es gar nicht so sehr um die Bildung, die Hineinführung von Personen in das Handwerk, sondern einfach um die Vernutzung auch der Arbeitskraft, die ja letztendlich auch vertraglich erworben worden ist, ging. Ja, und die Industrie hat ihren Bereich dann immer weiter ausgebaut, was auch das Heranziehen von Arbeitskräften anging, sodass sie sich unabhängig zu machen trachtete von der handwerklichen Lehrlingsausbildung und einer dieser Vorgänge, und das könnte sein, dass ihnen das auch immer wieder begegnet mit Bezug auf die Geschichte, war die Gründung des Deutschen Ausschusses für technisches Schulwesen, also eine erste Organisation auch dessen, was dann Bildung, Ausbildung angeht. Das ist auch etwas typisch Deutsches, dass wir hier eine sehr, sehr starke Organisation all dessen, was Bildung ist, haben. Und in Deutschland geht es so weit, dass sie nur auszubildende berechtigt sind in einem rechtlich geregelten Beruf. Ähnliches gilt ja, was die rechtliche und organisationale Durchdringung angeht, für das allgemeinbildende Schulwesen und mit einem gewissen Abstrich auch natürlich für das hochschulische Bildungswesen. Das sind auch wiederum aus der Vergangenheit gewachsene, sehr typische Strukturen, die einen hohen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir lehren und lernen an der Schule. Und dann gibt es eben einen Übergang, wo Kerschensteiner ins Spiel kommt, und das ist verbunden mit einem Vorgang, der auf eine Ausschreibung zurückgeht, die in der damaligen Zeit im heute deutschen Raum stattfand. Und es ging darum, Vorschläge und Konzepte einzureichen, wie unsere männliche Jugend von der Entlassung aus der Volksschule bis zum Eintritt in den Heeresdienst am zweckmäßigsten für die bürgerliche Gesellschaft zu erziehen sei. Also das war sozusagen, dafür sollten Vorschläge eingereicht werden. Und der Vorschlag von Kerschensteiner war einer, der eben großen Einfluss hatte und der auch erhebliche Konsequenzen hatte. Im Kern ging es darum, die vorher vorhandene, und ich hatte auf Humboldt hingewiesen, neben der zweckorientierten Bildung, die also rein für die Befähigung zur Arbeitstätigkeit ist, auch noch eine allgemeine Bildung zu definieren und diese abzutrennen von der arbeitsbezogenen Bildung. Das hatte ich ja gesagt, einen Übergang ins 19. Jahrhundert. Und jetzt ist eine Fortentwicklung, die dann in Richtung der Gründung der Fortbildungsschule in diesem Zusammenhang reichte. Und der Vorschlag von Kerschensteiner enthielt mehrere Elemente. Etwas, was bis heute für die Berufsbildung und letztendlich auch für andere Bildungsbereiche von großer Relevanz ist, ist die Dualität von praktischem gewerblichen Unterricht im betrieblichen Rahmen oder in einer Werkstatt und dem theoretischen gewerblichen Unterricht durch Berufsschullehrer. Dazu den staatsbürgerlichen Unterricht, also die Vorbereitung eigentlich des Bürgers, des Menschen jetzt im deutschen Raum auch auf seine Rolle als Bürger, sowie dann hier Turnunterricht und Sonntagswanderung, die damals vorgesehen waren. Also eine umfassende auch Ansprache der Jugendlichen, die hier einbezogen waren, sowie, und das ist ein Zitat, von sittlichem Ernst und vaterländischem Geist getragene Unterhaltungsabende. Die Leitlinie wird hier in Visobar formuliert von Kerschensteiner. An der Spitze soll die Erziehung zur beruflichen Tüchtigkeit als der Beitrag der staatsbürgerlichen Erziehung stehen. Sie beruht in der konsequenten Erziehung zu fleißiger, gewissenhafter, gründlicher, sauberer Arbeit, in der stetigen Gewöhnung zu unbedingten Gehorsam und treuer Pflichterfüllung und in der automativen, unablässigen Anleitung zum Ausüben der Dienstgefälligkeit. Also einerseits sicherlich eine Modernisierung, eine Erweiterung, nämlich die reine sowohl theoretische wie auch praktische Ausbildung, um staatsbürgerliche und allgemein personenbezogene Bildung zu erweitern, aber doch hier eine sehr starke Orientierung an sozusagen diese Untertanrolle, die auch in der damaligen Zeit Staatsdoktrin in gewisser Weise war. Ja, jetzt kann man natürlich aus dieser Zeit einiges an Fortentwicklung, was Deutschland angeht, ableiten. Das ist bestimmt nicht so zwingend möglich. Ich mache jetzt einen gewissen Sprung in die Zeit, die, meine ich, für Deutschland eine entscheidende natürlich ist, nämlich die Zeit von 1933 bis 1945. Es hat hier einige Übergänge gegeben. Kerschensteiner wird sozusagen mit seinem Ansatz, und das war ein Ansatz, der in der Breite sich ausgewirkt hat und vertreten wurde, im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts stark ausgewirkt. Und dann kommt eben der Übergang in die Zeit des Faschismus. Da ist eine Frage, die sich sowohl die Bildung, also die Berufsbildung explizit stellen muss und in gewisser Weise auch gestellt hat. Also es gibt hier diverse Untersuchungen, Unterlagen auch zu der Rolle, der Funktion von Bildung, Berufsbildung im Nationalsozialismus. Ich kann hier nur auf ganz wenige Punkte hinweisen. Etwas, was vielleicht aus dem Zitat eben auch hervorgegangen ist, es war eben kein Unfall der Geschichte in der Untersuchung aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern eine gewisse entstehende Linie, die hier auch das Militärische, das Massenhafte enthält und eben das Zucht und Unterhatan und absolute Gehorsam. Dazu gehören auch Pünktlichkeit, all diese Elemente, die genannt sind und das sich sozusagen in Gleichschritt bewegen und diese menschliche Rolle als Bestandteil einer Masse zu verstehen, die in gewisser Weise auch in den Faschismus mit hineingeführt hat und in die Mobilisierung der deutschen Bevölkerung für die Ziele, die dann letztendlich bis in den Untergang geführt haben. Man kann, was die Art Arbeit durchzuführen angeht, auch verschiedene Entwicklungen hier nachvollziehen, die sozusagen eine Gesamtheit der Veränderungen zeigen. Das ist also neben der Orientierung der Ziele für die Bildung der Einzelnen und der Kohorten, also der Jugendlichen unterschiedlichen Alters oder auch der Erwachsenen angeht, bis hin in die Art, wie Arbeit organisiert ist. Auch dazu gibt es verschiedene Untersuchungen. Es hat auf jeden Fall eine Art Rationalisierung der Arbeit auch stattgefunden, die in gewisser Weise auch eine Modernisierung betreutete. Also die Modernisierung kann eben auch in den Untergang führen. Es kann Arbeit sowohl produktiv wie destruktiv sein. Und die Zeit des Faschismus ist vielleicht das lehrreichste Beispiel dafür, wie Arbeit in die Destruktion und in die Zerstörung führen kann. Hier werden in der Arbeit von Kaiser drei Punkte hervorgehoben. Es fand eine Reduktion der Typenvielfalt statt, die eigentlich vorher gewachsen noch vorhanden war. Übrigens, wenn man Geschichte zurückgreift, gab es lange noch eine Zeit, wo jede Mutter nur auf eine Art von Schraube passte und es also keine Standardisierung gab. Hier gab es eine ganz starke Entwicklung auch, Typenvielfalt zu reduzieren und eben auch Wiederholkonstruktionen nutzbar zu machen, die Konstruktionen zu vereinfachen. Und die Wirtschaft hat sich stärker national organisiert und abgestimmt, eben in Vorbereitung eigentlich einer Kriegswirtschaft. Hier nur, da kann man jetzt vieles dazu sagen, eine Übersicht, eine Tabelle, die auch aus den Visubarbänden stammt, die zeigt eben die Veränderung der, für die Produktion, für den Kriegsbedarf eingesetzten Teil der Arbeitskräfte im Industriesektor, die also von 22 Prozent 1939 auf über 60 Prozent 1943 anstieg, also eine komplette Ausrichtung all dessen, was Menschen gearbeitet haben und letztendlich auch zu wem sie beruflich befähigt waren auf den Krieg und letztendlich hier als dann den Punkt, auf den das zulief, das Symbol der Anblick von Auschwitz mit dem zynischen Spruch Arbeit macht frei und damit sicherlich auch einen Untergang all dessen, was deutsche Kultur angeht. Also Holocaust und Weltkrieg waren letztendlich Zielpunkte, auf die sich auch Bildung und auch Arbeitstätigkeit ausgerichtet hat. Für Wissenschaft und letztendlich auch Pädagogik und Buches Pädagogik konnte es anschließend keinen einfach wieder aufnehmen oder weitergehen angehen soll. Es gibt hier einen Umbruch und Sie werden auch, wenn Sie in die Geschichte hineingucken, in der Literatur, in der Beschäftigung mit dem, was vorher war, diesen Umbruch immer wieder feststellen. Es war jetzt zuerst so, dass in der Zeit nach dem Ende des Weltkriegs zwar eine Erörterung in einigen Bereichen, aber doch im Wesentlichen ein gewisses Ignorieren eigentlich der notwendigen Beschäftigung mit den Gründen für den Untergang erfolgt und man sich sehr konzentriert hat in der ersten Zeit auf den Wiederaufbau, den Neubeginn in Deutschland, im Grunde zunächst mal ignoriert hat, was eigentlich die Lehren der Zeit davor angeht und Rationalisierung, Automatisierung, wenn Sie auf die Entwicklung von Arbeitstätigkeit gucken, die Hauptvorgänge waren. Zu fragen wäre, welche Prinzipien der Arbeit prägten die Entwicklung der Nachkriegszeit und wie wirkten sich diese in der Bildung aus? Hier auch einige thesenhafte Punkte. Ich springe da jetzt heute auch relativ schnell durch diese Zeiten mit dem Angebot oder mit der Anregung an Sie, sich da vielleicht nochmal auch genauer zu gelesen oder damit zu beschäftigen. Es gibt zunächst eine Konzentration auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und dann wiederum auch das Anknüpfen an die Massenproduktion, einfach auch aus den Trümmern letztendlich, die dann in der zweiten Hälfte der 40er Jahre nur noch vorhanden sind. Dabei führt die Menschen wieder erneut auch eine Akzeptanz belastender Arbeitsbedingungen, die zum Teil auch schädigend waren. Also man hat einfach als normal angenommen, dass Arbeit einen schädigt und einen kaputt macht und dass man schon in einer mittleren Phase auch des Erwerbslebens durchaus von der Arbeit stark beeinträchtigt ist. Kaum jemand sozusagen das Ruhestandalter erreicht. Es gab dann schon eine Anreichung der Produkte mit elektrischen Komponenten. Also das, was wir heute unter Digitalisierung diskutieren, hat, was die Elektro-Elemente angeht, auch schon in dieser Zeit ein Beginn. Und eben auch die erste Einführung computerbasierter Technologien. Das Berufsbildungswesen wurde in Deutschland mit dem Schwerpunkt auf dem dualen System dann aufgebaut. Das heißt, diese für bis heute relevante Tätigkeit von Schulen und vor allen Dingen Einbeziehung der Wirtschaft, der Betriebe in die Berufsbildung, also die Übernahme von Verantwortlichkeit auf Seiten der Unternehmen und das eben sowohl Handwerk wie auch Industrie, wie auch dann zunehmend Dienstleistungsbetriebe. Ja, ich habe jetzt hier so ein paar Abbildungen, die also diese 50er, 60er Jahre markieren. Wir haben hier wieder in den Tätigkeiten eine Art Möglichkeit von Massenproduktion, weil es eben dort einen massenhaften auch Konsumentenmarkt zunehmend gab. Und aber gleichzeitig eben auch das Hineinkommen von elektrischen, elektronischen und auch computerbasierten Komponenten in die Arbeitstätigkeit. Was für die Organisation von Arbeit in dieser Zeit prägend war, ist eine ganz starke Zergliederung der Arbeit im Sinne des Taylorismus. Also den Stichwort, das ich auch als markant für das Satz Jahrhunderte benannt habe, finden Sie hier eine Bindung des Menschen an die Maschine und eine Reihung wiederum der Arbeitsplätze über die Technologie. Also die Maschinen wurden aneinander organisiert und die Menschen den Maschinen zugeordnet. Dazu gibt es eine Reihe von Untersuchungen. Es gibt also eine Fülle von wissenschaftlichen Arbeiten in der damaligen Zeit, die sich mit der Frage, wie rationalisieren wir, wie untersuchen wir Arbeit, wie optimieren wir sie für ganz bestimmte Aufgaben und ganz bestimmte Produkte. Das war der Kern der damaligen Zeit. Man hat sich relativ wenig damit beschäftigt, was also Anliegen des Menschlichen angeht, was das, was vorher diskutiert war, der Bürger auch am Arbeitsplatz an Ansprüchen haben könnte. Und das Gleiche gilt also auch für in gewisser Weise Büroumgebung. Es gibt sehr viel weniger Arbeiten über Bürotätigkeit im Vergleich zu dem, was es an Arbeiten über Produktionstätigkeit gibt. Aber man kann einen gewissen ähnlichen Verlauf annehmen, wenn man die Untersuchungen zu der damaligen Zeit betrachtet. Also hier ein Schreibbüro. Das ist ein bisschen anders als das Bild, was ich letztes Mal gezeigt habe, aus der Zeit der Weimarer Republik. Und es gibt auch eine gewisse Entwicklung in Richtung der Vereinzelung, wiederum der Arbeitstätigkeit und der Bindung an die Aufgabe. Das hier ist allerdings aus einem Film mit Jacques Tati, aber ich nenne das immer so die Rückkehr zum Einzeller. Es ist eine ganz starke Trennung der Menschen in der damaligen Zeit und Bindung an ihre Arbeit, an ihre Technologie, ihre Maschinerie, die also hier sicherlich überspitzt dargestellt ist. Aber Sie können durchaus Arbeitsumgebung auch im Bürobereich in der damaligen Zeit sich vorstellen. Das ist diese ganz starke Bindung des Menschen an seinen Arbeitsplatz und an seine Arbeitstechnologie gab und die Verbindung zwischen den einzelnen Bereichen über die Technologie gesteuert war und nicht über das gemeinsame Arbeiten der Menschen. Ja, und dann, wenn Sie die Zeit in Deutschland betrachten, folgt eine Phase, in der diejenigen, die sich auch vorher schon mit der Aufarbeitung dessen, was Lehren aus dem Dritten Reich und dem Faschismus angeht, sich stärker haben, bemerkbar machen können und es auch als ein Bedarf aus der Gesellschaft stärker aufkam, jetzt nicht nur sozusagen für die Arbeit da zu sein, nicht nur für den Auschwung da zu sein, sondern selber auch Anrechte zu haben und Sie werden damit sicherlich auch verbinden, die 68er-Generation, den Regierungswechsel, der in Richtung auch einer Reformphase ging und der die Zeit von 1968 bis 1980 gewisserweise prägte. Sie werden in der Zeit als Ziele von Bildung und damit auch als Gegenstand von Unterricht Begriffe wie Emanzipation, Selbstentfaltung und bezogen auf die Arbeit Begriffe wie die Humanisierung der Arbeit finden. Das waren große politische Bewegungen, die zunächst mal davon ausgingen, dass Arbeit eigentlich nicht schädigend sein sollte. Also das muss man sich gewisserweise vorstellen, dass in der damaligen Zeit der Anspruch, dass Arbeit nicht schädigend ist, zunächst mal überhaupt erhoben werden musste und dann sich in einer ganzen Reihe von Reformbewegungen auch gezeigt hat. Ja und die Humanisierung der Arbeit hat natürlich eine Fülle von Auseinandersetzungen mit sich gebracht. Sie hat sich auch bezogen darauf, dass neben der Schädigungsfreiheit von Arbeit auch ein Anspruch ist, als Bürger seine Rechte und seine Überzeugung nicht am Werkstor abzugeben, sondern durchaus auch innerhalb der Arbeitstätigkeit mitbestimmen zu können, mit als Mensch anerkennt werden zu müssen. Und es hat hier, das ist vielleicht das Symbol wiederum, oder die Konsequenz, die in Deutschland sehr markant ist, eine Reihe von rechtlichen Regelungen, von Verträgen, von Vereinbarungen, von organisationalen Formatisierungen gegeben. Drei Punkte hier, die hervorgehoben werden können, die auch in den Visubarbändern hervorgehoben werden. Die Mitbestimmung als für bestimmte Bereiche der Wirtschaft relevante Vereinbarung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, die bedeutet, dass es zu der Arbeitstätigkeit auch gehört, in gewisser Weise sich verantwortlich zu fühlen für das, was man selber tut. Das ist ein neuer Begriff und der ist auch für die Art und Weise, wie wir heute lernen und lernen oder lernen und lernen wollen, ein ganz wesentlicher Übergang. Dass es also nicht mehr nur um die sachliche und rationale Einführung in eine Tätigkeit geht, sondern auch die Entwicklung des Menschen in eine Position, wo man Verantwortung übernehmen kann, sich verantwortlich fühlt und auch die Kompetenz besitzt, verantwortlich die eigene Arbeit zu gestalten und in einen betrieblichen Rahmen einzuführen. Ein zweiter Punkt ist die menschengerechte Gestaltung der Arbeit. Das heißt oft eine Veränderung der Arbeit nicht nur wegen der sachlichen Aufgabe, die zu erledigen ist oder wegen der Aufgabe der Produktion, sondern auch damit sie in einer menschengerechten Weise getan werden kann. Also die Berücksichtigung in die Organisation der Arbeit hinein, der menschlichen Ansprüche. Damit wenden wir uns in einer gewissen Weise vom terroristischen Ideal ab, weil eben das erste Mal auch eine nicht rein aus der Arbeitsaufgabe entstehende Anspruchskategorie in die Gestaltung der Arbeit hier mit hineinkommt. Ja und dann als ein ganz wesentlicher Übergang für die Berufsbildung in Deutschland, die Formulierung und auch der Erlass des Berufsbildungsgesetzes, da gibt es ja immer wieder auch Erweiterungen, Veränderungen dieses Gesetzes, aber es ist in der damaligen Zeit zum ersten Mal in Deutschland erlassen worden und hat die öffentliche Verantwortung für die Bildung, die berufliche Bildung definiert. Es hat definiert die Rolle der zuständigen Stellen und das klingt so ein bisschen merkwürdig, ist auch was typisch deutsches, die zuständigen Stellen sind die Kammern, also die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern, die Landwirtschaftskammern, die eben wesentliche Aufgaben der Selbstverantwortung der Wirtschaft und der Wirtschaft heißt eben sowohl die Unternehmen als auch die Arbeitskräfte, sowohl die Arbeitgeberverbände als auch die Gewerkschaften, die über die zuständige Stelle die Selbstverwaltung der Wirtschaft organisieren. Den Ausbildungsbetrieben ist danach eine rechtliche Legitimation zur Berufsausbildung unter Beachtung öffentlich-normativer Rahmenbedingungen gegeben. Das heißt, es darf ausgebildet werden, wenn eine entsprechende Ausbildungsordnung erlassen ist und diese ist immer abhängig von dem Einvernehmen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Das ist etwas, was ausschließlich in Deutschland wahrscheinlich in dieser Form so organisiert ist, dass ein Einvernehmen zwischen den Tarifparteien, die eigentlich ja sich doch sehr oft auch gegenüberstehen, erreicht werden muss, eh eine Regelung erreicht werden kann und wiederum nur ausgebildet werden darf, wenn eine solche Regelung vorhanden ist. Also diese seit der Zeit auch ja schon eine gewisse Tradition gewordene, diese Erfordernis zum Kompromiss zur Sich-Einigung, zum gemeinsamen Lösungsfinden ist in die damalige Zeit auch zurückzuführen. Ja, und dann kommt etwas stärker auf, was wir schon vorher, ich hatte es schon angesprochen, die wiederum stärker technikbezogene Entwicklung und sie können vielleicht, ich habe der Nachkriegszeit, eine gewisse Rationalisierungs- und Wiederaufbauideologie hier unterstellt, danach eine Abwendung stärker oder eine Umwendung den Menschen stärker zu beachten und menschlichen Anforderungen gerecht zu werden, um auch die Menschen als mitverantwortende Arbeitskräfte einzubeziehen und dann kam sozusagen wieder eine Wende und das kann man sagen, das ist auch so eine Art Konjunktur der Entwicklung der stärker wie der technologiebestimmten Entwicklung und vielleicht hier zu bezeichnen mit dem Begriff der Computerintegration, Computer-Integrated Manufacturing war damals so ein ZIM, wusste jeder, was ZIM ist, war damals so ein Schlagwort und eben auch die vollautomatisierten Arbeitssysteme. Eine Leitfrage, die man zu dieser Zeit stellen kann, wie wirkte sich die Diffusion der Mikroelektronik und der Computertechnik im Bereich der Bildung und der beruflichen Arbeit aus? Wir hatten die Ausbildung, die als Beispiel vorher zum Dreher oder zu anderen metallverarbeitenden Berufen vorhanden war, zum Fräser, in Richtung der Bedienung von computergesteuerten Maschinen, CNC-Bearbeitungszentren, das geht auf diese Zeit zurück. Da gibt es auch eine Fülle von Arbeiten und es gibt eben eine Diffusion, also eine Durchdringung aller Tätigkeiten mit Computertechnologie, die in dieser Zeit einen sehr starken Schub erlebt hatte in fast alle Arbeitssysteme. Es gibt Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Das ist das Forschungsinstitut, die Forschungseinrichtung der Arbeitsagentur, also damals des Arbeitsamtes. Und dieses Institut begleitet über die Jahrzehnte immer wieder Entwicklungen, Veränderungen am Arbeitsmarkt. Diese Untersuchung sagt, dass in der frühen Zeit der 1990er Jahre dazu alle Arbeitsplätze in Deutschland schon in irgendeiner Weise mit Computertechnologie in Berührung waren. Also es gab hier eine sehr starke Durchdringung aller Arbeitstätigkeiten durch Computerkomponenten. Sie wurden, hier sind einige Punkte genannt, verwendet, um Steuerungsprozeduren für feste Arbeitsfolgen vom Menschen auf die Maschine zu übertragen, einzelne informationstechnische Elemente in den Maschinen zu verwenden, die man zum Beispiel eben über die CNC-Programmierung auch ansprechen kann. Man kann sogar eine Übertragung selbst der Steuerungsfunktionen an den Computer in die damalige Zeit verlegen, die Informations- und kommunikationstechnische Verbindung der Maschinen mit einer Zentrale, also ein betriebliches Gesamtsystem, was computerbasiert gesteuert war, wurde entwickelt und die Technologien wurden untereinander verkoppelt. Ich habe jetzt hier so ein Bild, es gab damals eine Fülle von Bildern, die auch schematisch diese sich entwickelnden Systeme zeigen, wo eben die Vernetzung, die Computersteuerung, die Organisation über die Technologie das Markante des Systems war und Sie können vielleicht in dieser Darstellung schon sehen, Menschen sind dort eigentlich nicht mehr abgebildet und das war auch eine Vorstellung, dieses weiterzubringen, eigentlich bis zu einer menschenleeren Fabrik, das war damals ein Leitbild, wo man eigentlich einen wirklich vollautomatisierten Prozess, der dennoch in der Lage war, den Markt, die Marktanforderungen der damaligen Zeit zu erfüllen, zu organisieren. Ja, ich habe hier wieder so ein Bild, wir haben hier sehr viel stärker diese computergesteuerte Maschinerie, die in den Maschinen vernetzt war und nur noch für die Restaufgaben oder die Einstellungsaufgaben sollten Menschen zuständig sein. Das wäre auch so weitergegangen, hätte man annehmen können, wenn nicht diese Technologie in gewisser Weise gescheitert wäre, aus zwei Gründen. Der eine Grund war, dass die menschenleere Fabrik auch in ihren Leuchtturmprojekten in der erwarteten Weise nicht hat funktionieren können. Es waren zu jeder Zeit in diesen Anlagen mehr Menschen notwendig, erforderlich, um all die Probleme, die Fehler, die Schwierigkeiten zu bearbeiten, im Vergleich zu den vorherigen eher terroristisch organisierten Systemen. Also sie haben sich nicht wirklich so behaupten können. Es kann auch sein, dass die Anforderungen der damaligen Zeit zu komplex waren, als dass man sie technologisch hätte beherrschen können. Und der zweite Veränderungsprozess, der sich in der damaligen Zeit ergeben hat, ist, dass die Märkte sich verändert haben, wo früher auch immer noch eine Nachfrage nach Massenprodukten war. Es hatten zwar die Fahrzeuge inzwischen auch eine andere Farbe als Schwarz, aber es waren dennoch Massenprodukte, die im Wesentlichen die Kundenbedürfnisse am Markt erfüllten. Gab es damals eine ganz starke Veränderung, dass die Menschen spezifische, kundenspezifische und sehr stark sich wandelnde Produkte erforderten. Hier nochmal zwei Bilder, die also diese Vollautomatisierung in gewisser Weise mit ausdrücken, wo eben dann keine Menschen mehr, fast keine Menschen mehr eigentlich in diesen Produktionen hätten zu sehen sein sollen. So ein bisschen kann man hier dazu sagen, es bleiben dann nur noch Flaschen übrig neben der Technologie. Das ist auch in einigen Bereichen bis heute, denke ich, der Trend, aber es hat sich eben doch nicht in der Weise fortsetzen können, sondern es gab einen Übergang und der war damals mit einer Untersuchung verbunden, die unter dem Titel Lean Production herauskam. Das ist so ein bisschen der Nachfolger, könnte man sagen, von dem Band zur Wissenschaft der Betriebsführung, den Fred Grintz und Taylor herausgebracht hat. Es gab hier eine Untersuchung, die sich damit beschäftigt hat, welche Unternehmen eigentlich erfolgreich am Markt sind. Und man hat damals festgestellt, dass bei diesen Untersuchungen herauskam, es sind nicht mehr die terroristisch organisierten Unternehmen, die große Erfolge haben, sondern es sind die sich auf neue Weise organisiert. Und ein ganz wesentlicher Teil dieser neuen Weise war, dass sie sich in eigenverantwortlichen, dezentralisierten Einheiten organisiert haben, eher menschliche Teams wieder genutzt haben, um sehr flexibel, mit ganz unterschiedlichen Anforderungen von Kunden umzugehen, sehr schnell Innovationen aufnehmen zu können. Und es hat sich einfach in der Untersuchung gezeigt, dass diese Unternehmen erfolgreicher waren. Und sie haben sozusagen abgelöst, die Unternehmen, die auf Massenproduktion ausgerichtet waren, und sie haben die, die massenproduktionsbezogen sich organisiert haben, genötigt, sich zu verändern. Es hat damals einen breiten Trend gegeben, Arbeit selber zu verändern, in Richtung der Dezentralisierung, in Richtung der Gruppenarbeit. Und natürlich erfordert dieses auch eine andere Art von Vorbereitung, eine andere Art von Bildung für diese Art von Arbeitstätigkeit. Und deswegen vielleicht die zweite Frage auch, wie wirkt sich dieser Paradigmenwechsel, der also auch von dem Ziel dieser vollautomatisierten Systeme abging, die eben doch auf einen Massenmarkt stärker ausgerichtet waren, hin zu dem stärker auf Gruppenarbeit, auf dezentralisierte Verantwortung ausgerichteten Art der Arbeitssitzung. Wie kann nach dieser Paradigmenwechsel sich auf die didaktische Gestaltung der Berufsbildung ausgewirkt? Ja, und da greife ich noch wieder auf das Bild zurück, was ich so als sehr schematische Darstellung, um den Terrorismus zu beschreiben, verwendet habe, nämlich die Zergliederung der Arbeit in vertikaler und horizontaler Weise, vertikal die Trennung von Planung, Ausführung und Kontrolle, horizontal die Zergliederung der Arbeit in einzelne Arbeitsschritte, die sehr stark maschinengebunden waren und es hat hier eine Auserde Untersuchung der Betriebe, eine dazu alternative Organisation der Arbeit sich als erfolgreicher für die damalige Zeit erwiesen und deren Merkmale waren unter anderem, und ich greife jetzt hier da auch auf einzelne wesentliche Untersuchungen zurück, von denen ich gleich noch eine nenne, die Dezentralisierung der Verantwortung. Das heißt natürlich im Grunde auch, dass ich die Trennung, die vorher war, dass ich also einen Planungsbereich, einen Ausführungsbereich und einen Kontrollbereich von einer Abgrenze wieder zusammenführen muss, um Verantwortung auch delegieren zu können. Dafür muss man auch planen können, muss man auch entscheiden können, muss man auch selber ausführen und die eigene Arbeit prüfen, ob sie die Ziele erreicht hatte. Diese Dezentralisierung der Verantwortung bedeutet auch eine Abwendung, eine notwendige Abwendung von der Zergliederung der Arbeit, die Verflachung von Hierarchien, also das, was vorher sehr stark auch doktrinär und hierarchisch organisiert war in den Betrieben, wurde zwar nicht aufgehoben, aber es wurden Zwischenebenen, die letztendlich auch bürokratisierend waren, herausgelöst, unter anderem übrigens auch diese Inspektoren, Überwacher und untergebenen, ausführenden Funktionen, die aufgelöst wurden. Der vorher Inspekteur, den Sie auf dem Bild noch im Hintergrund gesehen haben, der die arbeitenden Personen überwacht, wurde integriert in die Gruppe oder die Gruppe selber hat diese Aufgaben der Inspektionen übernommen und dadurch haben sich die Hierarchien verflacht. Es wurden Kost- und Profit-Center-Teams eingerichtet, das heißt nicht nur die Aufgabe selbst, die zu tun ist, sondern auch die Kalkulation, die Verhandlungen mit Partnern, die Informationen über notwendige neue Elemente einer Aufgabe, die zu übernehmen ist, gehörte mitzunehmen zu diesen Teams dazu, das heißt sie wurden vorher in einer betrieblichen Organisation zergliedert, nun wieder hineingeführt in die einzelnen Arbeitsgruppen, die durchaus nur eine Stärke von 5, 10 oder 20 Personen haben konnten, die dann eben auch Elemente übernommen haben, die so eine Art Gesamtheit unternehmerischen Handelns oder betrieblichen Handelns bedeutet. Das könnte man wieder verbinden mit dem Begriff der Vervollständigung von Gruppenaufgaben, also alle Aufgaben, einig dessen, was zu dem, was man selber verantwortet, dazugehören sind, in der Gruppe zu verorten, zu übernehmen. Ja, und dann brauchen natürlich diese vielen einzelnen Elemente in dem Betrieb eine neue Art von Koordination, eine neue Art von Abstimmung, eine neue Art von Vernetzung und Kooperation, nicht nur der Maschinen, sondern auch der Menschen. Wir haben in der damaligen Zeit eine Fülle von zusätzlichen Anforderungen an Miteinander sprechen, Miteinander kommunizieren, Miteinander vereinbarung treffen. Interessanterweise, und das ist ganz im Unterschied zu dem, was der Terrorismus enthält, hat es nicht zu einer Vereinfachung geführt, sondern ganz im Gegenteil, die Arbeit wurde dadurch komplizierter, anspruchsvoller, spannungsreicher, es hat also viele auch Herausforderungen mit sich gebracht, aber das Überzeugende an diesen Veränderungen war, dass diese Art von Unternehmen erfolgreicher am Markt waren. Es war also nicht eine pädagogische Forderung oder es war nicht eine Demokratieforderung, die hier zu der Veränderung geführt hat, sondern im Grunde das Konsumverhalten, das Marktverhalten der Menschen, die eben sehr spezifische Produkte mehr und mehr abgerufen haben und bevorzugt haben, machte notwendig, dass Unternehmen flexibler arbeiten, dass sie neben dem Produkt auch Dienste, Dienstleistungen anbieten und entwickeln und diese Frage, wer ist erfolgreicher am Markt, hat eigentlich dazu geführt, dass eben diese Art von Organisation der Arbeit erfolgreich war und eine Veröffentlichung, die in Deutschland dafür steht, auf die mögliche Hinweisen produzieren im 21. Jahrhundert, damals herausgegeben von einem Expertenkreis und hier die Autoren Burkhard Lutz, Matthias Hartmann, Hartmut Hirsch-Kreinsen genannt als diejenigen, die diese Veröffentlichung herausgebracht haben, die mit dem Blick auf die Produktion des 21. Jahrhunderts fünf Aspekte hervorgehoben haben, nämlich die dezentrale Organisation, wie gerade beschrieben, mit gestiegener Verantwortung vor Ort. Das heißt, die Übernahme von Verantwortung gehört zu jeder Tätigkeit seitdem dazu und die Eigenverantwortlichkeit für das Tun ist mehr und mehr ein Bestandteil jeder Art von Arbeit geworden und das gilt eben für den Entwicklungsingenieur in der Konstruktion bis zur Reinigungskraft im Bürogebäude. Dass hier mehr und mehr eigenverantwortliche Arbeitstätigkeit als Grundlage dessen, was erwartet wird, besteht. Die Verbesserung der Kooperation zwischen Unternehmensbereichen, das heißt auch innerhalb der Unternehmen, einen Teil der Arbeitsleistung damit zu verbringen, sich abzustimmen mit anderen. Es ist eben nicht mehr, dass da eine übergeordnete Instanz zuständig war, die verschiedenen Bereiche miteinander zu verknüpfen, sondern das war ein Element der Arbeitsleistung selbst. Und damit, ich versuche immer mal die Übertragung zu dem Lehren und Lernen. Damit ist es auch eine Aufgabe der Didaktik, die Befähigung dazu zu vermitteln und das auch im Rahmen des Lehren und Lernens zu thematisieren. Wie kooperieren wir? Wie arbeiten wir zusammen? Nicht deswegen, weil es leichter ist. Es ist oftmals schwieriger, anspruchsvoller, als wenn ich eine hierarchische Organisation habe, wo Befehle ausgeführt werden und Anweisungen ausgeführt werden. Aber weil eben diese Art von Arbeit und von beruflicher Tätigkeit erfordert, dass man sich miteinander abstimmt, dass man kooperiert, dass man Konflikte und Gegensätze auch löst und dennoch weiterkommt. Die Ausschöpfung der Potenziale der Mitarbeiter und da ist ein Punkt, der vielleicht auch ein bisschen die heutige Zeit eine gewisse Brisanz mit sich bringt. Man hat festgestellt, dass man vorher nur einen ganz kleinen Teil dessen, was die Menschen können, nutzbar gemacht hat. Zum Beispiel nur eine Handfertigkeit oder vielleicht nur eine bestimmte, erlernte und immer wieder wiederholte Befähigung. Und dass man damit einen großen Teil dessen, was der Menschen eigentlich leisten kann, vergeudet oder eben nicht abruft. Und diese Art von Arbeit, wie sie organisiert wurde, strebt an, wirklich den Menschen als Ganzen nutzbar zu machen im Sinne der Arbeitstätigkeit. Das ist erstmal auch berufspädagogisch ein Fortschritt, weil diese Reduktion, die man vorher hatte, natürlich auch nachteilig für den Menschen einzuschätzen ist. Die vollständige Ausschöpfung geht aber vielleicht auch über das hinaus, was man tatsächlich über den Arbeitsvertrag mit verkaufen möchte. Es war eben zunehmend so, dass man auch die Verantwortung, die man in der Arbeit übernommen hat, mit in seine Freizeit genommen hat und am Wochenende darüber nachgedacht hat, was einem auf der Arbeit gerade an Anforderungen geschieht. In der heutigen Zeit, dass man eben immer und überall erreichbar ist, das ist ja inzwischen etwas, was mehr und mehr typisch für Arbeit geworden ist. Die Entgrenzung der Arbeit, also das Ineinanderfließen von Arbeitszeit und Freizeit, das sind Phänomene, die auch aus diesen Entwicklungen hervorgegangen sind. Das Wirtschaften in Kreislaufen klingt vielleicht heute schon ein bisschen komisch, aber das, was man heute mit dem Griff der Nachhaltigkeit und der Zuständigkeit nicht nur für dies in die Welt bringen von einem Produkt, sondern auch das Recycling, das war ein Vorgang, der sich zu der damaligen Zeit als wesentlich mit herausgestellt hat. Ja, und dann der Punkt der Globalisierung der Produktionsstrategie. Die Globalisierung heißt eben nicht nur, dass man mit einem Produkt weltweit überall funktionsfähig und präsent sein muss, sondern dass auch weltweite Produkte bis in jedes Schwarzwalddorf oder jedes Dorf der Schwäbischen Alb oder auch in Wüstengebiete in Nordafrika vordringt und dass wir diese wechselseitige Durchdringung, also die weltweite Bedeutung, aber auch dass diesen ausgesetzt sein als einen Trend dieser Übergangsphase erleben. Übrigens nicht so, dass auch hier die Wissenschaftler das gefordert haben, so etwas wie die Konnotation zu Taylor, der ja sehr stark ein Konzept ins Spiel gebracht hat, das als Vorbild galt, sondern hier eher aus der Untersuchung heraus die Analyse, was kennzeichnet denn im Augenblick erfolgreiche Unternehmen? Also man hat sozusagen einen phänomenologischen Ansatz gewählt, um zu beschreiben, was sind die Merkmale derjenigen, die mit den gegenwärtigen Herausforderungen besonders gut umgehen können und damit ist auch die Annahme aus der Wissenschaft, dass es eine gewisse Eigendynamik gibt der Entwicklung, die zwar wissenschaftlich zu erkunden ist, aber dennoch nicht unbedingt wissenschaftlich geprägt und gesteuert oder auf indirekte Weise wissenschaftlich geprägt und gesteuert, nämlich durch die Diffusion wissenschaftlicher Elemente in die Arbeit, aber nicht sozusagen hier in erster Linie Leitbild getrieben. Deswegen ist es nach gewisser Einschätzung auch nicht ein paradigmengetriebener Wechsel, obwohl es ein Paradigmenwechsel war, deswegen hat man auch bis heute keinen richtigen Begriff dafür, was ist eigentlich die neue Zeit, man nennt es oft neue Formen der Arbeitsgestaltung, neue Formen der Arbeitsorganisation, aber einen Begriff wie Taylorismus, der für das 20. Jahrhundert ganz stark prägend war, hat man bis heute nicht gefunden. Was sie hier dann, wenn wir das gleiche Schaubild weiterführen, was ich ja sozusagen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts angefangen hier zur Darstellung nutze, haben wir stärker eine Organisation in Teams, was nicht heißt, dass die Menschen im Team sich von der Technologie gelöst haben, sondern in der dann weiterhin vernetzten Technologie wurde die menschliche Komponente wieder stärker auch als eine qualifizierte und nicht als eine Restkomponente mit eingefügt. Also der umfassend in seinen ganzen Fähigkeiten, sowohl seiner handwerklichen, motorischen, wie auch seiner geistigen Möglichkeiten, wurde hier hineingenommen und eben in direkter Kooperation mit computergesteuerten Maschinen, die vernetzt sind, ja als Team und auch als technisches Netzwerk nutzbar gemacht und organisiert. Und das wiederum in einer dezentralen Verantwortung. Es führte dazu, dass wir auch in der Bildung eine Vervollständigung eigentlich dessen haben, was Ziel und Gegenstand der Bildung war. Ja, hier vielleicht so auch ein, zwei Eindrücke aus, dann Produktion. Das ist jetzt hier auch im Bereich, meine ich, der Automobilindustrie eine Produktion, wo Sie eben Fachkräfte sehen, überwiegend Fachkräfte, die im Vergleich zu vorher hier erforderlich sind, weil sie eben hochkomplexe Technologien bedienen und steuern und eben sehr anspruchsvolle und komplexe Technologien wiederum, die miteinander vernetzt sind. Andere Bereiche, das ist jetzt hier ein bisschen dunkel, aber die sind in der Zeit untergegangen. Als ein Beispiel im Bereich des Schiffbaus und der Werfenindustrie hat es ja einen sehr starken Rückgang eigentlich der Produktionskapazitäten in Europa gegeben, obwohl diese Industrien zum Teil gewachsen sind. Sie haben sich aber verlagert in andere Regionen der Welt. Das ist auch ein Vorgang der Globalisierung. Das bedeutet natürlich, dass bestimmte Relevanzen von Berufsbildung, von Arbeitskräften in Deutschland auch rückläufig waren. Man brauchte diese Arbeitskräfte nicht mehr. Diese Abbildung zeigt, das ist leider nicht so nicht zu sehen, eine Werft in Belfast, auf der auch die Titanic gebaut worden ist, die in der Zeit, ich meine Ende des 12. Jahrhunderts geschlossen worden ist, pleite gegangen ist. Und ich war interessanterweise zu der damaligen Zeit in Belfast und habe in der gleichen Zeit eine andere Einrichtung besucht. In dieser Werft gingen ungefähr 2500 Arbeitsplätze verloren durch die Einstellung der Tätigkeit. Und das ist dort wirklich so, dass es von einem Tag zum anderen beendet wird, die Arbeit, weil man nicht das sozusagen schrumpfen kann. Ein Produkt wie ein Schiff bedarf einer gewissen Mindestorganisation. In der gleichen Zeit ist dort eine andere Art von Wirtschaft aufgebaut und ich auch geworden. Ich war dort deswegen dort und das war ein Callcenter. Und das hatte zu der damaligen Zeit auch schon ungefähr 2000 Mitarbeiter. Und das ist hier zwar nicht genau aus diesem Callcenter, aber das ist sozusagen die andere Art von Arbeit, die damals sehr stark aufkam und die natürlich nicht letztendlich die gleiche Art von Personen Beschäftigte wie in den Werften. Das heißt, die Kollegen aus den Werften sind dann nicht in die Callcenter gewechselt, sondern es hat dort auch einen Wandel der Arten der Menschen gegeben, die für Arbeit gesucht wurden. Und eben diese Tätigkeit des Callcenter-Agent, das war damals ein sehr stark wachsender Bereich, der auch eine eigene Expertise mit sich brachte. Jetzt das Beispiel Nordirland, aber übertragen vielleicht wieder auf Deutschland. Es ist so, dass man zunächst auch hierfür keine berufliche Qualifikation, keine berufliche Tradition hatte. Was ist ein Callcenter-Tätigkeit, das Handeln mit Informationen? Es gab vielleicht als Vorgänger, dass das Vorlernen vom Amt, das also Verbindungen gesteckt hat. Aber diese Anforderung, die dann sehr stark aufkam als neuer Bereich beruflicher Beschäftigung, die hat sozusagen einen Umbruch der Nachfrage nach ganz bestimmten Arbeitskräften mit sich gebracht. Ja und da würde ich gerne eine zusammenfassende Gegenüberstellung Ihnen anbieten und erläutern, diese Arbeit im 20. Jahrhundert gegenüber der Arbeit, wie sie seitdem aus meiner Sicht relevant ist, enthält. Während sie, und das ist jetzt wiederum schematisch ausgedrückt, also in vielen Fällen gibt es davon Abweichungen, es ist nur eine schematische Zuordnung von Merkmalen, hatten sie in der Zeit im 20. Jahrhundert eine ganz starke Charakteristik der Arbeit, dass sie eher monoton war, dass sie sehr hierarchisch organisiert war, dass es darum ging, sie kontrolliert zu organisieren und a, teilig, also all das, was zu dem terroristischen Prinzip der Arbeit gehörte. Wir haben dann eine Veränderung der Märkte erlebt, dafür die Merkmale, dass sie global entgrenzt waren, also man hatte plötzlich einen Wettbewerber, der unter ganz anderen Bedingungen zum Beispiel produzieren konnte. Wir haben diese kundenspezifische Diversifizierung, es gab nicht mehr diese große Bedeutung der Massenmärkte, sondern eben auch dort ein weites Auseinanderstreben von Interessen, auch von übrigens Lebenssituationen und Lebensphasen und sie haben diese dezentralisierten Märkte, die sich ergaben in parallel dann oder in Relation auch zu der dezentralisierten Verantwortung zunehmend der Arbeit. Es gab ganz starke Entwicklungen im technischen Bereich, also die Diffusion von Informationstechnik, von Computer, die Vernetzung dieser Technologien und dann die neue Komponente, die heute eine große Bedeutung erlangt hat, die Virtualisierung, also das, was das wirklich anfassbare Produkt war, hat in Relation zu dem, was hinter dem Produkt steht, an Bedeutung verloren und das ist vielleicht Ihnen auch alle geläufige, beste Beispiel dafür ist das Smartphone. Das Smartphone als Gegenstand selbst ist nahezu irrelevant. Was relevant ist, ist die über das Smartphone zugänglichen Dienste und Informationen und sonstigen Anwendungen und damit auch der Anteil an Arbeitstätigkeit, an Leistung, der in diesem Produkt enthalten ist, ist ganz wesentlich ein virtueller Anteil und eben kein physisch gegenständlicher. Ja und das übertragen dann oder parallel die Veränderung der Gestaltung der Arbeit. Wir haben eine sehr starke Anreicherung der Arbeit, also Elemente in die Arbeitsaufgaben mit hineingeführt, die vorher arbeitsteilig organisiert waren, die getrennt waren. Zu jeder Aufgabe gehört auch dazu, die eigene Arbeit zu planen, vorzubereiten, sich zu informieren, Entscheidungen zu treffen, Handlungsspielräume zu nutzen und zu prüfen, ob das, was man getan hat, auch den Anforderungen genügt. Möglicherweise mit anderen zu verhandeln, sich abzustimmen, sich zu integrieren in einen umfangreicheren organisationalen Rahmen. Die Nutzung der Qualifikation ist das Leitbild, also möglichst umfassend das, was Menschen leisten können, auch durch ihre Aufgabenstättungen der Arbeit verwenden zu können. Und die Wandlungsfähigkeit. Die Wandlungsfähigkeit ist noch ein Element, was sich auch in der heutigen Bildung, Berufsbildung ganz stark auswirkt. Wenn Sie Konzepte zu den Bildungsgängen in Deutschland lesen, dann beginnen die oft mit einer Präambel. Und viele sind geneigt, die Präambel so zu überschlagen, weil das so das allgemeine Blabla ist, was man immer irgendwo aus irgendwelchen ethischen Verpflichtungen formulieren muss. Seit dieser Zeit ist es aber so, dass die Präambel das Wesentliche ist. Und die Präambel sagt häufig, dass es bei den Inhalten, die danach folgend aufgelistet wird, nur um Beispiele geht, die deswegen zum Gegenstand von Bildung gemacht werden, damit sie den Menschen ermächtigen, später mit den immer wieder neuen Veränderungen zurechtzukommen und sich auch flexibel auf immer wieder neue Bedingungen und Aufgabenstellungen einzustellen. Also es ist eigentlich die Bildung vermehrt ein Vorgang geworden, der einen in die Lage versetzen soll, immer wieder weiterzulernen. Das lebenslange Lernen, das wäre so ein Leitbild auch, was sich daraus ergeben hat, ist eben eine Notwendigkeit, die aus der schnellen Veränderung im Bereich der Wirtschaft und der Märkte und auch der Techniken sich ergeben. Ja, und dann kann man vielleicht auch wiederum jetzt sehr schematisch die angestrebte Arbeit und damit das Ziel eigentlich dessen auch was Bildung mit Arbeits- und Berufsbezug angeht, mit den Begriffen Flexibilität, also nicht mehr genaue Verkenntnis und Einhaltung von ganz bestimmten Zuständigkeiten, Aufgaben, die man einmal erlernt hat, sondern sehr stark eine Öffnung mit ganz unterschiedlichen Anforderungen umgehen zu können. Die Teambasierung, also nicht nur die Orientierung auf die Technik, sondern auch die Orientierung auf die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Die Eigenverantwortlichkeit für die eigene Tätigkeit und die Vollständigkeit der Aufgabe. Vollständigkeit, ich gehe da wahrscheinlich verschiedentlich noch darauf ein und sie werden es hoffentlich auch irgendwann sehr intensiv übernehmen, bedeutet eben die Zusammenführung von Planung, Ausführung, Kontrolle, also das, was in dem auf das menschliche Lern bezogenen Teil als dem menschlichen Zugang zur Wirklichkeit entsprechender Vorgang beschrieben worden ist. Ja, und hier kam eigentlich auch ein gewisser Trend, dass Anforderungen der Wissenschaften, die sich mit Lernen und Lernen beschäftigen und Anforderungen der betrieblichen Organisationen korrespondierten. Also diese Einschätzung aus wissenschaftlicher Sicht, dass der Mensch notwendigerweise die Wirklichkeit im eigenen Geist konstruiert und dafür auch eine gewisse Vollständigkeit erforderlich macht, der Verarbeitung von Wirklichkeit und der Korrespondenz zwischen dem, was man an Erfahrungen angesammelt hat und das, was man daraus an Entscheidungen und Konsequenzen für Handeln und Tun zieht, dieses auf der einen Seite in Verbindung zu bringen mit den Aufgaben, die in der Arbeit zu tun sind, dass man dazu auch die Möglichkeit hat und nicht wie in der reduzierten und zergliederten Situation nur einen ganz begrenzten Freiheitsrahmen hat etwas vorbereitet und von anderen kontrolliertes zu tun. Ja, und es gab begleitend dazu, und da mache ich nochmal einen gewissen Wechsel, eine wachsende wissenschaftliche Beschäftigung mit der Untersuchung von Arbeit. Das ist in gewisser Weise auch angestoßen von den Vorgehensweisen, die unter anderem Taylor, aber auch andere in vorherigen Jahrzehnten entwickelt haben. Es gab aber in der Zeit ab den 60er und 70er Jahren eine Fülle von neun Ansätzen der Untersuchung und die Untersuchung der Arbeitstätigkeit, die bezieht sich, so möchte ich das gliedern, auf drei Dimensionen oder drei Bereiche, die in gewisser Weise einander enthalten oder umschließen. Zunächst mal würde man ja denken, bei der Untersuchung von Arbeit an die Tätigkeit einzelner Personen oder an einzelnen Arbeitsplätzen und das ist auch im Sinne von Taylor der Ausgangspunkt, tatsächlich die einzelne Aufgabe zu untersuchen und hier zu definieren, was ist zu tun. Diese aber schon nur in einem Rahmen einer betrieblichen Organisation, also einer Zusammenwirkung von einer ganzen Reihe von Personen und deswegen ist ein Gegenstand von Untersuchungen nicht nur die einzelne Tätigkeit, sondern vielleicht ist die sogar nur nachvollziehbar oder auch gestaltbar, wenn die Aufgabe einer gesamten Organisation zu betrachten betrachtet wird und eben hier die Rationalität in der Institution, in der Organisation der Gegenstand der Analyse, der Untersuchung ist. Ja und diese Unternehmen funktionieren wiederum in einem wirtschaftlichen Rahmen. Ich hatte schon für die Gesellschaft gesagt, es geht auch darum, dass alle Aufgaben, die ein gesellschaftliches System erfordert, in gewisser Weise geleistet werden können und bildungsbezogen wird dort auch von einem Allokationsvorgang gesprochen, also der Zuordnung der immer wieder nachwachsenden Generationen zu allen Aufgaben, die eine Gesellschaft erfordert und es sollte so ungefähr funktionieren. Es gibt hier seit 1989 auch auf deutschem Boden keine Planwirtschaft mehr, sondern es gibt ja hier auch einen Markt der Verteilung, wie die Menschen zu ihren Berufen, zu ihren auch Bildungslaufbahnen kommen. Dennoch gibt es ein notwendigerweise funktionierendes Gesamtgefüge, sodass im Endeffekt über die Verteilungsmechanismen versucht wird, eben alle erforderlichen Arbeiten auch leisten zu können. Ja und da möchte ich noch ganz kurz über diese drei Ebenen die momentane Situation der Anforderungen in Arbeit und Beruf beleuchten und es wechselt jetzt etwas, aber es greift auch nochmal wieder etwas auf, was ich in dem Geschichtsbeitrag angesprochen habe, nämlich die Entwicklung, die mit der Abbildung von Furastie, schematisch dargestellt wird, nämlich die Veränderung der Anzahl der Menschen in den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und der Betätigung und hier ist jetzt eine Abbildung, die aus dem Statistischen Jahrbuch stammt, das Statistische Bundesamt, was eben jedes Jahr auch eine Veröffentlichung zu der Entwicklung der quantitativen Situation in Deutschland darstellt und das ist sozusagen die Gesellschaft, die Gesamtperspektive. Das Statistische Bundesamt ist dafür nicht die einzige Quelle, aber es ist eine Quelle, bei der es Sinn macht, sie zu beachten. Ist übrigens inzwischen auch, man kann es auch gedruckt erwerben, aber ich denke mal, dass ein Großteil derjenigen, die in das Statistische Jahrbuch hineingucken, das über die online bereitgestellte Version macht, sie können sich das also unentgeltig laden, Jahr für Jahr, sie können es miteinander vergleichen und es ist ein hochseriöses, hochoffizielles Dokument. Also es ist nicht deswegen, weil es im Internet downgeloadet werden kann, irgendwie zweifelhaft, sondern das ist eigentlich die inzwischen auch seit vielen Jahren schon etablierte Form der Veröffentlichung und damit auch eine seriöse Quelle. Sie ist zum Teil oder zum Wesentlichen Teil ein Zahlenwerk, aber es gibt auch immer wieder zusammenfassende Abbildungen, davon würde ich jetzt gerne einige zeigen, die sozusagen den Anschluss der Entwicklung, was die gesamtgesellschaftliche Aufgabenstellung angeht, beleuchtet. Zunächst mal ist hier mit einem Ausgangspunkt von 100 auf dem Jahr 1991 der Verlauf des Rückgangs oder des Wachstums von Wirtschaftsbereichen gesprochen und Wirtschaftsbereiche sind hier der Bereich der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei, der primäre Bereich, hatte ich ja gesagt, ich hatte primärer Sektor gesagt und des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereiches. Da ist meine Aufforderung, wenn Sie mit solchen Begriffen, gegen solchen Begriffen umgehen, gucken Sie sich auch die jeweilige Definition, zum Beispiel hier im Statistischen Bundesamt an. Zum Teil differieren Sie auch zwischen offiziellen Organisationen, deswegen ist es notwendig, hier sich klarzumachen, welches Verständnis hier jetzt der Begriff Wirtschaftsbereich hat. Auf jeden Fall ist ja auch seit 1991 ein Rückgang in Deutschland weiterhin des Bereichs der Land- und Forstwirtschaft und auch des produzierenden Gewerbes zu erkennen und ein kontinuierliches Wachstum des Dienstleistungsbereiches. Ja und das jetzt auf Wirtschaftssektoren übertragen und die sind eben dann als primärer Sektor, sekundärer Sektor und tertiärer Sektor bezeichnet und da zeigt sich eben das gleiche Bild jetzt hier in einem Säulen, in einer Säulendarstellung, also die Erwerbstätigen, jetzt hier also nicht der Umsatz oder die Relevanz, was das Bruttosizialprodukt angeht, sondern die Erwerbstätigen in diesen Bereichen zeigen, dass nur noch ein anderthalb Prozent der Menschen in dem primären Sektor tätig sind in Deutschland, also wirklich ein Randbereich, dass auch der sekundäre Sektor, also der rein produzierende Sektor nur noch ein knappes Viertel der Menschen beschäftigt und dass der überbedeutend relevante, der tertiäre Sektor ist, der deswegen auch häufig schon inzwischen in einen weiteren Quartierensektor mit gegliedert wird. Ja und wenn Sie auch wiederum aus dem statistischen Jahrbuch die Gliederung der Erwerbstätigen nach Erwerbsform betrachten und da ist es so, dass es jetzt wiederum begrifflich eine Differenzierung gibt, es gibt die Erwerbspersonen, das wäre also die Gesamtheit der Erwachsenen in einer bestimmten Spanne des Lebens, nämlich soweit ich weiß zwischen 18 und 65 und da gibt es wieder die Erwerbstätigen, die also entweder als Normalarbeitnehmer zum Beispiel in einem abhängigen Arbeitsverhältnis sind, selbstständig sind oder als atypische Beschäftigte. Sie können hier sehen, dass im Verlauf von 1991 bis 2015 zu 1991 noch ungefähr 80 Prozent, die in einem Normalarbeitsverhältnis tätig waren, ein Rückgang auf jetzt noch knapp 70 Prozent und da vor allen Dingen ein Wachstum der atypisch Beschäftigten und aber auch ein kleineres Wachstum der Selbstständigen, wobei das oft sehr, sehr kleine Unternehmen sind, also die ich AGs, die hier an der Anzahl gewachsen sind und die Grundlage des Lebensunterhalts bei der Bevölkerung und auch hier ist eine Gegenüberstellung der Zeit jetzt von 2005 bis zum Erscheinen des Berichtes 2016, ich denke es sind Zahlen ja hier von 2015, die hier verwendet worden sind und es ist also einerseits ein Wachstum nochmal wieder der Erwerbstätigkeit an dem Erwerbspersonenanteil überhaupt. Es ist ein Rückgang der Arbeitslosigkeit und es gibt auch einen starken Rückgang der Kategorie, die als Angehörige Erwerbspersonen hier geführt werden. Ja und wenn Sie dann in die einzelnen Wirtschaftsbereiche gehen und die Frage, wie die Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen zu organisieren sind, dann finden Sie hier weiter differenziert die eben Umsetzung der Tätigen im Produzieren, Gewerbe, im Baugewerbe, Handel, Information, Kommunikation, Finanzierung, Immobilien, öffentliche Dienstleister und sonstige Dienstleister. Dieser Vorgang der Tertiarisierung, den ich für die Gesamtgesellschaft mit dem Verweis auf Furastie hier in die Präsentation einbringe, durchdringt wiederum auch die gesamte Tätigkeit und gewisserweise auch die Bildung. Sie haben nicht nur diese Wirtschaftsbereiche und Wirtschaftssektoren, die sich entsprechend verändern, auch wenn Sie in die einzelnen Unternehmen gehen, bei den Belegschaften eine Veränderung, dass früher auch produzierende Unternehmen sehr viel höhere Anteile innerhalb ihrer Mitarbeiterschaft im Produktionsbereich hatten. Gegenüber heute auch innerhalb der Unternehmen erleben Sie eine Tertiarisierung, dass der Anteil der Menschen, die auch in einem Produktionsunternehmen mit Dienstleistungsaufgaben zu tun haben, gewachsen ist. Und Sie haben über die Dezentralisierung der Verantwortung auch eine Intensivierung der dienstleistenden Arbeitsanteile selbst in produzierenden Tätigkeiten. Das heißt, wenn Sie als Handwerker tätig sind, ob jetzt als Tischler oder in einem Textilhandwerk, dann haben Sie inzwischen erhebliche Anteile, die nicht nur die Handtätigkeit enthalten, sondern die auch das Planen der eigenen Arbeit, das Verhandeln, das Sprechen mit Kunden und Kollegen enthält, die diese dienstleistenden Elemente enthält. Insofern können Sie eigentlich in gewisser Weise die Strukturierung, die sich entwickelt haben, auf die Gesamtgesellschaft bis in die einzelne Arbeitstätigkeit hinein durchdeklinieren. Und es gibt dann immer wieder Darstellungen, und das ist wiederum auch sehr deutsch, der Gesamtsituation, sogenannte Klassifikationssysteme. Und man muss die in gewisser Weise regelmäßig ändern, weil die Zusammensetzung dessen, was über viele Jahre geeignet war, die Zusammensetzung dessen, dass über viele Jahre gültig war, verändert sich, sodass man dann immer wieder auch notwendigerweise die Gliederung der Berufe, der Bezeichnung, der Klassifizierung anpassen muss. Und hier gibt es eine Klassifikation, die seit 2010 gültig ist, die, soweit ich weiß, ungefähr fünf Jahre Vorbereitung in Anspruch genommen hat und die die Tätigkeiten, die Berufe in Deutschland in zehn Kategorien gliedert. Ich gehe da nicht so sehr viel weiter darauf ein, aber Sie finden hier eine Fortsetzung der sowohl disziplinären wie auch berufsbildungsbezogenen Zergliederung der Bildung in unterschiedliche Teile, die für sich vollständige Berufe bilden. Ja, und nochmal zu der Veränderung, die sich auch in der Notwendigkeit hier eine Veränderung der Klassifikation durchzuführen, eine kleine Darstellung, eine kleine Folge. Sie haben hier Berufsfelder aufgelistet, die verwendet wurden, um die Gliederung in der Gesamtgesellschaft in Deutschland zu erfassen. Und Sie können bezogen auf, das ist jetzt 1999, Relevanzen ansehen. Sie sehen dort schon, dass die Verwaltungsbüro und Wirtschaftsberufe die große Berufsgruppe sind. Da sind auch akademisch vorgebildet dabei, aber es sind natürlich auch die Berufe, die aus der beruflichen Bildung hervorgehen. Und dann große Bereiche, Metallberufe, Waren, Dienstleistungskaufleute, Verkehrs- und Lagerberufe. Wenn Sie die Veränderung in den zehn Jahren bis 2009 nehmen, dann gibt es ganz bestimmte Bereiche, die relativ gleich geblieben sind, andere, die geschrumpft sind und bestimmte Bereiche, die gewachsen sind. Noch gewachsen, obwohl schon vorher eine sehr, sehr große Gruppe, ist der Bereich der Verwaltungsbüro und Wirtschaftsberufe. Und weiter zurückgegangen ist der primäre Sektor, die Agrarberufe und die grünen Berufe. Ich will jetzt nicht unbedingt hier als zwingend annehmen, dass diese Trends endlos weitergehen, aber es ist doch hier aus der Entwicklung in der Gesamtheit auch über viele Jahre einiges an länger laufenden Entwicklungen abzulesen. Sehr markant ist hier auch die Gegenüberstellung, dass wir im Bereich der Bau-, Baunehmen- und Holzberufe einen starken Rückgang derjenigen haben, die hier tätig sind und im Bereich der sozialen Erziehungsberufe und Gesundheitsberufe eine Zunahme, eine relativ starke Zunahme. Ja und wenn Sie das jetzt Gegenüberstellung, wo sind Bereiche gewachsen, wo sind Bereiche geschrumpft und das gilt jetzt eben für die Zeit 99 bis 2009, das ist ja jetzt auch schon wieder einige Zeit her, dann ist eben eine Zunahme im Bereich der Dienstleistungsberufe, vor allen Dingen Verwaltungsbüroberufe, Sozial- und Erziehungsberufe und Gesundheitsberufe, ein starker Rückgang im Bereich der Baunehmen- und Holzberufe, da müsste man jetzt im Detail und ich denke, das werde ich zum Teil auch noch tun, hineingehen, wo sich das auswirkt und wie es begründet ist und auch einen Rückgang in Metallberufe, Elektroberufen und Textil- und Begleitungsberufen bis hin zu den Agrarberufen. Ja und das jetzt übertragen und da gibt es auch in den entsprechenden Veröffentlichungen des Städtischen Bundesamts, ich habe den Datenreport dann jetzt als Quelle genommen, Gegenüberstellung, das finden Sie übrigens auch in anderer Art im Berufsbildungsbericht der Bundesregierung und in dem Datenreport des Bundesinstituts für Berufsbildung, das ist dann stärker schon ausbildungsbezogen und berufsbildungsbezogen, die hier zehn am stärksten besetzten Berufe. Da würde man übrigens ja annehmen, dass sich das auch stark wandelt, das ist aber weniger schnell auf jeden Fall der Fall, als man zunächst mal annehmen mag. Es gibt also eine über die Jahrzehnte verbleibende große Bestrebung der jungen Menschen zu ganz bestimmten Berufen und dieses verändert sich offenbar langsamer, als man angesichts der Veränderungen in der Wirtschaft annehmen würde oder auch für sinnvoll halten würde. Wenn Sie also hier differenziert nach männlichen und weiblichen Auszubildenden die zehn am stärksten besetzten Berufe betrachten, dann haben Sie immer noch auf der männlichen Seite den Kraftfahrzeugmechatroniker, der früher der Kfz-Mechaniker war und der Kfz-Elektriker, der ist ja zusammengeführt zum Kfz-Mechatroniker, als der Beruf, der die meisten Auszubildenden aufnimmt. Das ist im Wesentlichen auch eine handwerkliche Ausbildung, handwerklich organisierte Ausbildung. Dann als zweite der Industriemechaniker, Elektroniker und wenn Sie weiter runtergehen, dann kommen diese neuen Berufe Fachinformatiker und Mechatroniker, die mit ganz starker Betonung auf die sich verändernden Berufsentwicklungen auch definiert worden sind, gebildet worden sind. Hier ein weiterhin auch ein Wachstum, also bei den Fachinformatikern von ungefähr 19.000 auf jetzt knapp 25.000, bei den Fachinformatikern von knapp 19.000 auf gut 26.000 im Jahr 2014 und bei den Mechatronikern von gut 20.000 auf knapp 25.000, aber sie sind noch nicht die stärksten. Es bleibt weiterhin, obwohl rückläufig der Kfz-Mechatroniker einer der dominanten Berufe. Und wenn Sie auf die Berufe bei den jungen Frauen blicken, dann haben Sie einen großen Anteil von Kaufleuten sozusagen, Kauffrauen im Büromanagement, im Einzelhandel, im Industriebereich bis hin zur Bankkauffrau und der Kauffrau im großen Einzelhandel sind fünf Ausbildungen zu Kauffrauen berufen, die häufigst gewählten. Dann ein Beruf, der immer noch stark ist und der traditionell oft genannt wird in dem Rahmen, die Friseurin, die allerdings in den zehn Jahren einen starken Rückgang von 37.000 auf gut 20.000 Auszubildende erlebt hat, aber dennoch unter den zehn häufigst gewählten Rufen. Also auch hier ein Veränderungsprozess, ein Wandlungsprozess, der zwar langsamer verläuft und was ja wieder wesentlich ist und das ist jetzt ein anderer Blick, den Sie über das Städtische Bundesamt auf die Gesamtsituation werfen können, welche Tätigkeiten werden denn anschließend abgefordert? Also die Abstimmung zwischen Bildungs- und Beschäftigungsmarkt, das ist ja eine Aufgabe, die hier nicht über Planung in Deutschland läuft, sondern über eine Allokation, die über Marktkräfte erfolgt. Und natürlich diese Allokation findet nicht getrennt zwischen Ausbildungsbereich und akademischen Bildungsbereich, sondern diese berühren sich mehr und mehr. Und die Frage ist, diese Personen, die später Beschäftigung finden, die tätig sind in den verschiedenen Bereichen. Inwieweit stimmt denn diese Relation dessen, was an Ausbildungen, an Studiengebieten angeboten wird? Das ist eine hochkomplexe Thematik. Es gibt eine gewisse Absicht, die Vorbereitung auf die Erwerbstätigkeit in sinnvoller Weise auch quantitativ anzulegen, sodass die Arbeitskräfte, die Fachkräfte, nach denen Bedarf steht, auch aus dem Bildungssystem hervorgehen. Das ist allerdings nicht über Planung und über Steuerung im Detail vorbereitet, sondern hat erhebliche Anteile der marktlichen Selbst- oder Eigendynamik. Aber im Endeffekt gibt es natürlich doch eine wechselseitige Beeinflussung. Und wenn Sie hier die Darstellung, die im Datenreport enthalten ist, auch mal jetzt die Erwerbstätigen betrachten und da auch wieder getrennt nach Männern und Frauen in den zehn am stärksten besetzten Berufen, so haben Sie hier unter den großen Gruppen bei Männern Maschinenbau und Betriebstechnik als immer noch einen Bereich, der sehr, sehr viele Erwerbstätige beschäftigt beruflich. Dann der Bereich Lagerwirtschaft, Zustellung, Güterumschlag, also Transportwesen. Der Bereich Unternehmensorganisation und Strategie, ein Bereich, der stark gewachsen ist. Übrigens auch der Transportwesen-Bereich ist stark gewachsen. Fahrzeugführung im Straßenverkehr, auch ein gewachsener Bereich, Fahrzeug, Luft, Raumfahrt und Schiffbautechnik als ein weiterer Bereich Elektrotechnik. Also Sie finden hier eine Fülle immer noch auch von technischen Tätigkeiten, die die großen Gruppen darstellen, in denen in Deutschland 2014 hier Männer tätig sind. Und betrachtet auch Frauen, ohne dass jetzt diese Zuordnung in irgendeiner Weise sozusagen sich selbst verstetigen sollte, sondern einfach, um die Sachverhalte darzustellen. Büro und Sekretariat, der größte Bereich mit gut anderthalb Millionen Menschen, die hier zuzuordnen sind. Die Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungskriege als ein nachfolgender Bereich. Diese Zuordnung, da wäre natürlich eigentlich die Annahme, dass sich diese beiden Systeme, also Bildungssysteme, Beschäftigungssysteme, zumindest wechselseitig wahrnehmen. Das Aufeinanderzuführen hat in der Vergangenheit auch dort, wo es versucht wurde, immer wieder zu Problemen geführt, weil es eben hier einen erheblichen Versatz gibt. Zwischen der Einflussnahme zum Beispiel auf die Bildung und die Entscheidung in Richtung einer Ausbildung oder eines Studiums und die Zeit, wann man dann auf den Arbeitsmarkt drängt sozusagen. Dazwischen sind oft zwischen fünf und zehn Jahre, also bis eben die entsprechenden dann rekrutierten Personen ihre Ausbildung, der Studium abgeschlossen haben und wirklich auf dem Arbeitsmarkt sind. Und in dieser Zeit wirken sich wiederum Konjunkturen aus, möglicherweise auch Veränderungen der Märkte, die dann Nachfrage und Angebotssituationen verändert haben zu der Zeit, in der bestimmte Empfehlungen abgegeben worden sind. Deswegen tut man sich inzwischen sehr schwer zu empfehlen, machen Sie eine Ausbildung in dieser Richtung oder machen Sie ein Studium in jener Richtung, weil aus der Erfahrung heraus diese Empfehlungen ganz stark daneben liegen konnten und auch oftmals Investitionen ausgelöst haben, die dann Menschen auch in gewisser Weise in die Irre geführt haben. Dennoch für die Darstellung des Gesamtgesellschaftsbereichs ist es notwendig, die Relevanz der einzelnen Tätigkeiten, der einzelnen Berufe einschätzen zu können und dann auch in Relation die Relevanz der Ausbildung, des Angebots an Ausbildung und des Angebots letztendlich auch an Studienmöglichkeiten zu betrachten. Und in der Summe für das, was ich Ihnen heute hier so auch jetzt ziemlich im Schnelldurchlauf anbiete, gesagt, es gibt eben für die Entwicklung der Arbeitstätigkeit Vorgänge, die sozusagen strukturell verlaufen. Dafür habe ich einige genannt, die vor allem die Ablösung des Terrorismus in der letzten Phase des 20. Jahrhunderts und eben das Aufkommen, der Stärke auf Eigenverantwortung, Teamarbeit des Menschen, computerbasiert, mit Computervernetzung und zunehmend auch einer Virtualisierung beinhalten. Und Sie haben dann drei Ebenen, davon habe ich jetzt die erste Ebene angesprochen, nämlich die gesamtgesellschaftliche Ebene, also wie verteilen sich die Menschen auf die zu tunende Arbeit. Und die zweite Ebene, die dritte Ebene, auf die ich nächstes Mal eingehen werde, wie verändert sich dieses in einer betrieblichen oder auch institutionellen Organisation? Und als dritten Schritt, wie wirkt es sich in der konkreten Arbeitstätigkeit aus? Diese Beschreibungen von Arbeit sind wieder erforderlich, um dann abzuleiten, wie eine entsprechende Bildung, ein Lehren und Lernen als Vorbereitung auf eine bestimmte Tätigkeit oder auf einem bestimmten Beruf aussehen soll. Und deswegen sind es aus meiner Sicht notwendige Hinführungen. Ich kann Ihnen hier nur einige Aspekte anbieten, um eben zu begründen, wie wir dann später Entscheidungen treffen, was die Didaktik angeht. Und meine Anregung und ein bisschen auch meine Aufforderung ist, dass Sie da nach eigenem Interesse vertiefen oder auch einfach mal reingucken, in die Werke sich selber orientieren. Ich kenne die auch nicht alle auswendig, ich gucke da auch immer wieder neugierig rein, wenn etwas erscheint, aber die Orientierung in diesen Datenbeständen, auch in diesen Hintergrundinformationen ist erforderlich, wenn man verantwortlich als Didaktiker arbeiten will. Und ja, ich werde nächstes Mal das noch hier wieder aufgreifen und vielleicht die erste Passage der Vorlese nutzen, um diese Betrachtung der Anforderungen aus der Arbeitstätigkeit abzuschließen, bevor ich dann in den vierten Teil, nämlich die theoretischen Ansätze für die Didaktik übergehe. Ja, das war jetzt heute ziemlich ein Extrakt und auch relativ im Schnelltempo durchgelaufen, aber es passt wohl auch zu dem Titel Arbeit, dass man auch diese Themen eben sehr in einer schnellen und rationellen Arbeitshaltung abarbeiten kann. Ich hoffe trotzdem, dass ich Ihnen ein paar Anregungen geben konnte und Sie einladen konnte, sich damit effektiv zu beschäftigen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.